hallo leute willkommen zu einem neuen video heute ist mal wieder bastelzeit ich zeige euch mal wie ich einen bilderhalter bastle und zwar die ganzen sachen die ihr da seht die sind geschenkt oder gefunden auf der straße gefunden alte werkzeugkisten weggeworfenes zeug und da wollen wir jetzt mal gucken ich habe schon mal ein bisschen vorsortiert wollen wir jetzt mal gucken wie wir dann bilder da hinbekommen und 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 So, wir können mal schauen. Das ganze Projekt ist schon fertig. Übrigens war das Teil mal von einem alten Stuhl, ein Jahresstempel drauf, alten Hocker, 1915. Und dieses Stück stammt von einer Nähmaschine. Da stand früher das Ölkärnchen drin an der Nähmaschine. Und das hier, manche werden es erkennen, das ist meistens unten an einer Mischbatterie. Unterhalb der Spüle, das hält die Mischbatterie. Diese Klammer hier, oder wie man das nennt. Genau, das ganze Teil kommt jetzt dann so an die Wand. Und das hier ist eigentlich, damit das Bild, das später hier draufsteht, nicht runterstürzt. Wir werden es hier festschrauben an der Wand. Und ich finde, es ist doch sehr gelungen. Schöne Spuren vom Holzwurm. Ich versuche auch immer so wenig wie möglich wegzunehmen. Das hat die Stahlwolle runtergeholt. Ich arbeite gerne mit Stahlwolle. Das macht es schön glatt. Und man könnte das jetzt noch ölen. Das würde ich nicht machen. Manche wollen das lieber so Natur. Und dann gibt es jetzt gleich noch ein Foto, wie das Ganze an der Wand hängt. So, jetzt kommt doch nochmal ein kurzes Statement. Und zwar, ich habe die Löcher hier, mit denen soll es später festgeschraubt werden. Ich habe die Löcher ein bisschen versenkt. Also, hier mit dem Versenker bin ich hergegangen, dass die Schrauben verschwinden. Ich habe auch nochmal die Seiten ein bisschen nachgeschliffen. Ich habe nochmal die Aufnahme, oder ja, jetzt neu für das Kerzenlicht hier, habe ich auch nochmal ein bisschen bearbeitet. Auch die Löcher habe ich nochmal innen ein bisschen geschliffen. Und auch hier, dass ein bisschen der Grat weg ist und so. Ja, jetzt steht dem Galsen nichts entgegen, das da an die Wand zu schrauben. Jetzt gucke ich mal. Ich habe hier so alte Dübel. Und dafür, wie wäre es mit den zwei, brauchen wir die reichen für so ein Teil allemal noch. Jawohl. Wie wäre es mit dem Galsen, den wir die Reichen, den wir die Reichen sehen, der ist mit den Galsen. Wie wäre es mit der Galsen, den wir die Reichen, die wir die Reichen haben und die Dämonen haben. Und dafür, wie wäre es mit den Galsen, die wir die Reichen haben haben. Magstensities. Vielen Dank.